Er, man beginnt mit seiner Berufswahl, desto besser. Dann haben wir das Innovationszentrum draußen, habt ihr bestimmt schon den großen Truck gesehen, der dann auch einige Computerprogramme für euch bereithält. Hier vorne haben wir eine Testecke, wo ihr euer Können, eure Hand- und Fingergeschicklichkeit fundieren könnt, aufgebaut. Ihr könnt also alle Tests, alles hier durchprobieren, was ihr wollt, ist überhaupt kein Problem. Dann haben wir hier noch vor Ort unseren netten DJ, der auch noch ein bisschen für Stimmung sorgen wird. Bisschen. Ja, dann wünsche ich allen viel, viel Spaß und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.